So, es läuft. Also tatsächlich sagen die Professoren, und vielleicht beginnen wir mal gerade so, dass wir leider die Weltprobleme nicht lösen können, wenn wir nicht auch ein bisschen was über die Geschichte der Menschheit wissen. Deswegen so ganz kurzes Thema. Wissenschaftler, wir glauben, auch weil wir bis jetzt noch keinen Gegenbeweis haben oder keinen anderen Hinweis, wir glauben so an so Dinge wie Urknall, Entstehung der Milchstraße, Entstehung des Sonnensystems, Entstehung der Evolution des Lebens auf Erde. Haben Sie da Zahlen im Kopf oder soll ich Ihnen kurz sagen? Also ungefähr 13,8 Milliarden wird angegeben für Urknall quasi, dann Entstehung der Milchstraße ungefähr vor 10 Milliarden Jahren, ungefähr vor 5 Milliarden Jahren Entstehung unseres Sonnensystems, ungefähr vor 4 bis 3 Milliarden Jahren, tausendmal eine Million Jahre Entstehung der Vorläufer unserer DNS, die ja in uns allen ist und aus der wir bestehen im Wesentlichen, also als Lenkaspekt. Und dann haben Sie ganz grobe, wir machen Riesensprünge. Was ist vor 65 Millionen Jahren passiert? Mal irgendwas gehört, zufällig? Der erste Einzeller im Wasser. Ja, das ist klar, die ersten Einzeller, die Amöwen, daraus haben sich dann Tiere entwickelt, daraus haben sich dann größere Tiere entwickelt. Ich darf es abkürzen, das war viel früher, das war so ungefähr vor viel, vielleicht vor 600 Millionen Jahren. Vor 65 Millionen Jahren waren das berühmte Aussterben der Dinosaurier. Okay. Das haben Sie aber schon mal gehört. Ja, das haben wir schon mal gehört, aber das hört man hier und dann geht es da wieder raus, ich bin in der Jetzt-Welt. Ja, aber wichtig ist es halt mal zu verstehen, dass dort eigentlich der Aufstieg der Säugetiere begann, dass wir so mausähnliche Tiere waren, unsere Urgroßeltern tatsächlich diese Gestalt hatten, sich langsam über Mutation und Selektion verändert haben, zu Affenähnlichen wurden, auf die Bäume kletterten und dann von den Bäumen ja irgendwann wieder runterkamen in die Savanne. Und schon haben wir den modernen Menschen sozusagen. Ja, also vor 65 Millionen begann genau das Säugetieraufstieg. Unsere Urgroßeltern sahen damals anders aus als wir und hatten alle unsere Urgroßeltern hatten ja vor 8 Millionen Jahren alle noch ein Fell. Sogar noch vor, ich glaube sogar vor 2,5 Millionen Jahren hatten wir alle noch Fell. Also stellen Sie sich mal vor, wir alle so mit dicken schwarzen Fell. Aber so grob haben Sie sich schon aufgenommen. Ja, natürlich, das haben wir. Ich würde jetzt nur Sie hinaus wollen. Genau, denn jetzt kommt das Entscheidende. Jetzt ernähren wir uns dem, was passiert ist. Jetzt haben wir die Vorgeschichte und jetzt vor 4 Millionen Jahren, sage ich Ihnen mal, was ist das Entscheidendste in der Evolution der Menschheit passiert. Vor 400.000 Jahren ist dann der Knackpunkt sozusagen. Vor 4 Millionen Jahren, das wissen Sie nicht, das sage ich Ihnen einfach, haben wir die großen Eckzähne verloren. Denken Sie an die Gorillamänner. Kennen Sie die Gorillamänner mit ihren riesigen Eckzähnen? Wozu dienen aus Ihrer Sicht, wenn Sie so an Ihre Biologie-Schulzeit kramen? Wozu hat der Gorilla so große Zähne, wo er doch ein reiner Pflanzenesser ist? Normalerweise hätte ich gesagt, diese Eckzähne braucht er, um Fleisch zu fressen und klein zu machen. Aber wenn er Vegetarier ist, wenn ich das so nennen darf, braucht er diese Zähne, um von den Ästen die Blätter so richtig runterzureißen. Ja, eine Idee. Aber dann dürfte es ja eigentlich nicht sein, dass die Frauen kleinere Eckzähne haben als die Männer, was nämlich beim Gorilla der Fall ist. Wozu braucht der Hirsch sein Geweih? Braucht er das zum Blätterfressen? Das heißt, der Mensch war damals zum letzten Mal gewalttätig, nämlich Rivalenkämpfer mäßig. Damals wurde tatsächlich noch um die Frauen gekämpft. Wird heute auch noch. Heute noch oder wieder? Heute noch oder wieder? Oder wieder, würde ich sagen. Wenn ich eine Frau haben möchte, muss ich mich darstellen, versuchen sie zu überzeugen. Aber muss das mit Gewalt sein? Nein, das kann durchaus ganz ohne Gewalt sein. Ich gehe jetzt mal, sollte. Also deswegen gehe ich jetzt mal ganz zügig vor. Also für die Biologen ist das jetzt entscheidend, dass der Mensch damals eigentlich sehr friedlich wurde, sehr liebevoll. Denn das heißt, wenn sie keine Gewaltakten in einer Gruppe haben, dann geht es relativ friedlich zu. Und das heißt, damals hat sich sozusagen, der Evolutionsvorteil war die Kooperativität und das soziale Miteinander. Das liebevolle in Gemeinschaft sein war die Stärke der Frühmenschen. Das ist übrigens der späte Homo erectus, vielleicht schon mal gehört, Homo erectus. Und jetzt passen Sie auf, jetzt geht es darum, das heißt, wir könnten jetzt fast sowas, wenn man jetzt parteiisch wäre, könnte man sagen, das war so eine Art Urkommunismus. Weil es ging sehr friedlich zu, sehr liebevoll. Die Gruppen haben miteinander kooperiert, haben übrigens keine Kriege mit den Nachbargruppen geführt. Das weiß man heute. Man weiß, dass solche Arten Gruppen, die so organisiert sind, sich mit den Nachbargruppen eher freundschaftlich treffen und keine Kriege führen. Ja, also das heißt, wir hatten sowas wie in so einer Art Paradies. Ja, okay. Gab es denn keinen Kampf um Ressourcen damals, Wildbestände oder? Die Frage ist, was können, wenn es mal irgendwo eine Nahrungsknappheit gibt, ist die tatsächlich besser lösbar mit ganz großer Kooperativität oder mit Krieg gegeneinander? Was ist eigentlich die Lösung? Wenn die eine Gruppe weniger Nahrung hat, dass die andere ihr etwas leidt und das dann später zurückbekommt, ist doch eigentlich die hochentwickeltere Lösungsform, als jetzt mit Waffen aufeinander loszugehen und erst mal die Hälfte der Leute schlagen sich gegenseitig tot. Ich meine, das macht uns ja aus, als Menschen gegenüber dem Tierreich, dass wir aufgrund unseres Verstands die Möglichkeit haben. Unsere Erfahrung in der herzigen Welt zeigt uns ja, dass das nicht der Fall ist. Und es ist immer wieder erschreckend, dass der Mensch eben zu Brutalität und Gewalt neigt. Ja, aber da kommen wir wieder zur Frage, wieder oder schon immer? Ja, also das ist die Schlüsselfrage. Wollten Sie noch was dazu? Ja, ich meine, das ist reine Theorie. Selbst Jesus hat schon gesagt, wenn ich zwei Hemden habe und der hat keins, muss ich ihm eins abgeben. Aber das funktioniert nicht. Leider nicht. Das funktioniert nicht. Jetzt sage ich Ihnen auch, jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum funktioniert das nicht? Warum sind wir wieder eifersüchtig? Warum sind wir wieder gewalttätig? Warum sind wir so geworden? Es gibt nämlich zwei Möglichkeiten, wie wir so werden können. Wir können doch genetisch uns verändern oder wir können, memetisch heißt das wissenschaftliche Wort, also unsere Denkweise kann sich ändern und kriegsbereit werden. Ja, also zum Beispiel, denken Sie an den General Paul von der USA, der Irakkrieg. Haben Sie doch bestimmt auch gehört, der hat gesagt, da gibt es riesige Massenvernichtungswaffenlager. Es war eine Lüge, aber die hat die Menschen gestimmt gemacht, kriegsbereit zu werden. Also wir können auch Menschen manipulieren. Und jetzt kommt die entscheidende Frage. Vor 400.000 Jahren, zu Zeiten des späten Homo erectus, kam der erste Tauschhändler in die Welt. Und das versuchen wir jetzt mal ganz kurz zu verstehen. Was bedeutet das, dass zum ersten Mal in der Evolution Handel entsteht? Vor 400.000 Jahren. Das wissen wir heute auch ziemlich genau, wann das war. Und jetzt hat der Händler plötzlich ein neues Interesse. Haben Sie eine Idee, in welchem Konflikt der steht, verglichen mit den Motivationslagen seiner Kunden? Haben Sie da eine Idee, was da für ein Konflikt entsteht? Der Konflikt entsteht eigentlich nur darin, wenn er nichts tauschen kann. Wenn er keine Waren tauschen kann und sich dadurch eventuell bereichert. Und er kann sich doch dann... Ja, wollen Sie noch was sagen? Ich wollte sagen, es ist schwierig im Tauschhandel wahrscheinlich festzustellen, das Äquivalent zu finden. Wie viel ist... Aber ich sage Ihnen jetzt, ich sage, ich helfe Ihnen, ich helfe Ihnen. Die Professoren sehen den Grundkonflikt darin, dass der Händler ein gewaltiges Interesse daran hat, so viel wie möglich zu vertauschen, weil er nämlich davon lebt. Und das heißt, für ihn wird das quasi alles, was dazu führt, dass die Menschen manipuliert werden in einem geistigen Zustand, aus dem sie bereit sind, mehr zu konsumieren, das wird er, sagen wir mal, insofern aufgreifen, weil es ihm Erfolg bringt. Und alles, was Erfolg bringt, wird er weiter tun. Und jetzt die Schlüsselfrage. Haben Sie eine Vorstellung, wie der Händler uns manipulieren könnte, dass wir gestimmt werden, mehr Waffen zu kaufen und mehr Konsumgüter zu kaufen? Haben Sie da eine Idee? Ja, indem er uns weismachen will, dass ich das brauche. Dass ich ohne diese Dinge nicht leben kann. Es gehört zum Leben. Das ist die Werbung, ja. Wenn du das nicht kaufst, kannst du nicht richtig leben. Und noch ein anderer Mechanismus? Ein Feindbild aufzubauen, ein Feindbild aufzubauen für Waffen eben. Merken Sie, dass das was anderes ist. Das eine ist Werbung und das andere ist, die Menschen gestimmt zu machen durch ein Feindbild, das die Menschen kriegsbereiter macht und deswegen den Kauf seiner Steinexte vergrößert. Das heißt also, ein Feindbild aufbauen ist was anderes als nur Werbung machen. Das heißt nämlich, dass ich die Menschen manipuliere, über die Welt anders zu denken, als es realistisch ist. Und ich erkläre quasi die Nachbargruppen, die vorher immer friedlich waren, zu bösen, aggressiven Feinden. Und dadurch manipuliere ich die Menschen, meine Waffen zu kaufen und sie auch zu gebrauchen und sie zu konsumieren. Sehen Sie, dass das ein Riesenkonflikt ist? Und genau das war der Grundkonflikt. Das heißt, unser gesamtes Wirtschaftssystem fußt darauf, nicht glückliche und gesunde Menschen zu fördern, sondern eigentlich manipulierte, unglückliche, kaufsüchtige und kriegsbereite Manipulationsopfer zu erzeugen. Und das ohne Bewusstsein. Geplant wurde das wahrscheinlich nie. Sowas entsteht von selber. Stellen Sie sich vor, jemand erzählt eine Geschichte, dass die eine Gruppe die andere nachts totgeschlagen hätte. Schon haben sie ein Feindbild generiert, aber das muss keine Absicht gewesen sein. Aber der Händler sieht einfach nur, wenn ich solche Geschichten erzähle, kaufen die Leute plötzlich Steinexte wie verrückt. Also erzähle ich die Geschichten einfach weiter. Verstehen Sie, dass da keine böse Absicht drin war, trotzdem was Böses entstand? Ja, klar. Diese Geschichte geht ja weiter, sogar in die Neuzeit. Wenn Sie mal die Times gelesen haben, da waren Waffenhändler und Politik. Der sagt, ich verkaufe Ihnen einen Panzer. Dann sagt der Politiker, wenn der Panzer beschossen ist, ja, dafür kann ich Ihnen auch wieder eine Abschussrakete. Ich kann Ihnen dafür aber wieder dagegen. Das ist ja heute noch genauso. Übertragen Sie das auf das Gesundheitswesen? Ich verschreibe Ihnen eine Tablette und gegen die Nebenwirkungen der Tablette brauchen Sie die nächste? Ja, das ist ja so. Ich meine, wenn Sie Tabletten verschrieben bekommen, dann bekommen Sie gleichzeitig, damit der Magen das verkraftet. Dagegen eine Tablette braucht da Tabletten und da Tabletten. Am Ende haben Sie einen Cocktail von 30 Tabletten, wo keiner mehr weiß, was das für eine chemische Reaktion im Körper auslöst. Da haben Sie vollkommen recht. Und Gott sei Dank, ich brauche keine Tabletten. Aber verstehen Sie, dass wir jetzt am Grundproblem unseres Systems sind, dass nämlich, wie könnte man das jetzt lösen? Haben Sie irgendeine Idee, wie man diesen Baufehler vor 400.000 Jahren im System, wie man den heute beheben könnte mit heutiger moderner Technik, heutiger Datentechnik? Wie könnte man so ein System umdrehen? Der Fehler war ja quasi gewesen, dass das Interesse, unser Interesse an unserer Gesundheit und unserem Wohlfühlen keine Rolle für den Händler spielte. Und wie können wir das ändern? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir das ohne weiteres ändern können. Wenn, dann muss es... Vielleicht solltet Sie nicht denken? Nee, also ich bin auch der... Ich sage es Ihnen, sonst dauert es stundenlang, wenn ich Sie jetzt rätseln lasse. Es lässt sich tatsächlich umdrehen. Zum Beispiel kann man es so machen, dass mein Hausarzt in zwei Monaten quasi einen Stichtag hat. Ab dem Moment wird seine gesamte Honorarschlüssel umgedreht. Das heißt, es wird gemessen, die 2.000 Leute, die er betreut oder die sich ihn gewählt haben als Hausarzt, wird geguckt, je gesünder ich mich entwickle, desto mehr Honorar an den Arzt. Also das heißt, da verliert sich dieses Interesse an meiner Krankheit als Geschäftsgrundlage. Also quasi, man könnte es so sagen, der Arzt lädt mich zu kostenlosen, spaßmachenden Gesundheits... Erstmal kriegt er den ganzen Papierkram, den kann er sich sparen. Die Ärzte beklagen sich ja, dass sie 50% ihrer Zeit an den Papierkrieg verlieren. Der kommt weg. Dann hat er 50% Zeit frei. Dann bietet er mir kostenlose, spaßmachende Gesundheitskurse, Ernährungskurse, Sportkurse, Sportverein. Kostenlos alles. Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten. Es entsteht eine Art Gesundheits-Lifestyle-Club, wo man sich kennenlernt, wo man auf nette Weise immer mehr inspiriert wird vom Gedanken eines gesünderen Ernährungsstils, Lebensstils und so weiter. Dadurch sinken die Krankheitskosten und aus den Geldern, die dann frei werden, können wir die Klimaziele bezahlen. Als ein Beispiel von 20 Reformen. Erstmal so viel dazu. Lebt dann der Arzt? Was ist da sein Einkommen? Sein Einkommen wird sogar dann höher sein, wenn der Arzt mit den Gesundheitskursen es tatsächlich schafft, dass ich seltener krank werde. Zum Beispiel, ich habe eine chronische Krankheit und brauche im Moment jeden Tag 20 Tabletten. Und durch seine Verbesserung meiner Ernährungssituation, durch seine Hilfe bei mehr Bewegung und so weiter, brauche ich plötzlich nur noch 10 Tabletten am Tag, weil meine Krankheit etwas milder geworden ist. Dann kriegt er aus dieser Diskrepanz heraus sein Honorar errechnet. Also wenn er Menschen hilft, dass sie sich etwas Richtung Gesundheit entwickeln, gibt es fürstliche Prämien. Und diese Prämien sind sein einziges Honorar neben vielleicht einem kleinen Grundgehalt. Von den Krankenkassen oder? Wer bezahlt das? Das ist wie in Amerika bei den Rechtsanwälten. Wenn sie gewinnen, kriegen sie ein Honorar. Wenn sie verlieren, kriegen sie nichts. Aber in diesem Falle wirklich, bei Rechtsanwalt müsste ich darüber nachdenken, ob das logisch ist. Aber im Gesundheitswesen quasi, wenn es dem Arzt gelingt, Krankheiten zu verhindern, gibt es mehr Geld. Wenn er Krankheiten nur verwaltet, gibt es etwas weniger Geld. Leuchtet der Gedanke so im Prinzip ein? Nicht ganz. Da kann ich nicht ganz mitgehen. Eigentlich kann der Mensch oder die Familie selbst mit gutem Beispiel vorangehen. Da gehört es dazu, dass ich mich gesund ernähre und auch höre, was kann ich, da gebe ich Ihnen recht, durch Ernährung Krankheiten verhindern. Da ist etwas Wahres dran. Das habe ich vor kurzem noch von drei Wissenschaftlern mitbekommen. Aber ich kann davon, wenn ich mich gesund ernähre, ist auch gleichzeitig Klimaschutz. Weniger Fleisch, weniger Fleisch, weniger Fleisch, habe ich keine Viehzucht, mehr Gemüse essen. Ich muss Gemüseobst und Sachen, die gespritzt sind, die kaufe ich einfach nicht. Mir ist es, ja, ich kann natürlich Sachen kaufen, auch wenn sie etwas teurer sind oder das Fleisch, aber dann esse ich nur einmal Fleisch. Aber wollen Sie damit sagen, dass Sie es nicht gut fänden, wenn mein Lebensmittelhändler und der Arzt gleichermaßen aus der Krankenversicherung dann quasi Gewinnzuschläge bekommen, wenn sie mir helfen, gesünder zu leben und zwar messbar nachgewiesenermaßen mir geholfen haben, dass ich seltener krank werde zum Beispiel, als beim statistisch zu erwarten wäre. Wir wissen ja heute, bestimmte Altersgruppen und so weiter haben statistisch, dass jene Kostenvolumen, jede Krankenversicherung weiß ja, was ihre Leute so durchschnittlich kosten und so weiter, wie die sich entwickeln. Im Alter werden wir alle sehr teuer, ja, in den letzten Jahren werden wir alle sehr teuer und so weiter. Und wenn ein Arzt das abfedern kann und das etwas reduzieren kann, kann man errechnen, wie viel er an Prämie kriegt dafür, dass er uns geholfen hat, gesünder zu leben, uns inspiriert hat zu einem gesünderen Lebensstil. Würden Sie das System deswegen jetzt ablehnen? Nein, ich würde es nicht ablehnen. Ich denke aber, das ist nicht hundertprozentig durchführbar, weil der Mensch oder der Verbraucher auch damit einverstanden sein will. Es gibt ja genügend Leute, die brauchen ihre Medikamente, die möchten von ihrem Arzt Medikamente verschrieben. Kriegen Sie selbstverständlich weiter. Also der Arzt würde ja, der würde ja 50 Prozent der Zeit für diese Kurse verwenden, aber 50 Prozent würde er auch die Leute betreuen, die so chronisch krank sind, dass sie selbstverständlich ihre Medikamente weiter brauchen. Nur trotzdem wird er auch den chronisch kranken, stellen Sie sich vor, Sie haben einen chronisch Diabeteskranken oder Sitzung Diabeteskranken oder einen jungen Menschen, der Diabeteskrank ist, aber 50 Kilo Übergewicht hat. Den wird er natürlich herzlich einladen zu seinen Ernährungskursen und den Sportkursen. Und wenn der dann von 50 Kilo, 20 Kilo abspeckt und dann etwas weniger Insulin braucht, dann würde der Arzt wieder eine entsprechende Prämie bekommen für sein. Voraussetzung wäre dafür ja auch, dass das Medizinstudium ganz anders ausgerichtet wäre. Wir haben natürlich Probleme damit. Ich sehe die Verantwortung für meine Gesundheit in der gleichen Weise, dass ich weiß, ich muss auf meine Ernährung achten, ich brauche Bewegung schon mal, um grundsätzliche Voraussetzungen zu setzen. Geht man aber zum Arzt und sagt, ich habe hier eine Pein, dann sagt er auch nicht, Massage wird Ihnen guttun oder ein bisschen mehr Bewegung. Der hat sofort ein Präparat bei der Hand. Weil er nur dadurch Geld verdient. Deswegen wird er immer das, wenn ich Geld verdiene mit dem Verkauf von Hämmern, dann verkaufe ich halt Hämmer. Das meine ich ja damit. Der Patient oder der Mensch, der zum Arzt geht, der kann sagen, nein, ich will die Tabletten nicht, ich möchte alternativ behandelt werden. Ja, aber würden Sie das zum Gesetz für eine Gesellschaft machen? Also es geht ja darum, wir sind ja gerade dabei, das neue Deutschland zu konstruieren. Würden Sie Deutschland so konstruieren, dass wir alles so lassen, wie es ist? Auf keinen Fall. Ich kann nur ein Beispiel nennen. Die Krankenkassen, wenn sie an der Bandscheibe operiert worden sind, dann bekommen sie sechs Massagen verschrieben. Aber dann wird hinterher nie mehr kontrolliert, ob sie weitermachen. Hier besteht für mich die Verpflichtung, zu kontrollieren, dass der oder diejenige auch in dieser Richtung durch Sport die Sache gegensteuert, damit er gesund bleibt. Und da müssen die Unterstützung oder die finanziellen Unterstützung der Krankenkassen, die nicht gegeben sind. Ja, aber das heißt, Sie reden von kontrollieren. Also der Unterschied zwischen unseren Überlegungen ist jetzt, dass wir sagen, wir kontrollieren den Arzt nur einmal am Endergebnis. Alles, was zwischendurch geschieht, was er macht, was er verschreibt, interessiert uns nicht mehr. Weil wir da nichts kontrollieren wollen. Wir wollen erstmal nur die Motivation schaffen, dass er weiß, wenn er Gesundheit fördert, kriegt er mehr Geld. Und das alleine, diese eine Grundlinie, diese eine Kontrolle am Endergebnis lenkt ihn in die richtige Richtung und wir überlassen es seinem Einfallsreichtum, was er für Wege geht. Das Ziel des Arztes, setz dich mal voraus, ist ja immer, dass wir gesund werden. Nur die Wege dahin, die sind ja jetzt unterschiedlich. Sind Sie sicher, dass, also ich mache mal einen Punkt, der Arzt und der Richter und der Lehrer und viele andere versprechen in einem Eid, dass sie uns Gutes tun wollen. Glauben Sie denn auch, dass er das tun kann, wenn er für das Gegenteil bezahlt wird? Kann ein Professor der Medizin, der operiert in einem Krankenhaus, sich dem Zugzwang seines Krankenhauses entziehen, das sagt, ich gebe dir eine tolle Prämie, wenn du jedem, der durch die Tür kommt, operierst, weil wir gerade das Geld brauchen, unabhängig davon, ob der Versicherte die Operation braucht. Wir brauchen die Operation. Glauben Sie, dass er sich diesen Druck wirklich messbar entziehen kann und seinen Eid einhalten kann? Ich sage nein, er wird sich nicht entziehen, denn hier ist das Finanzielle, das Krankenhaus, seine Arbeit steht im Vordergrund. Ich kann hier nur ein Beispiel nennen, ich bin vor etlichen Jahren gestürzt, gehe zum Orthopäden, der sagt sofort Überweisung im Krankenhaus. Ich habe aber Gott sei Dank einen Orthopäden, einen Befreundeten, der hat sich das angeguckt, sagte, pass auf, ich gebe dir Übungen, wir machen zwei Jahre lang Übungen. Ich bin an der Operation vorbeigekommen. Der andere wollte nur Geld verdienen oder es heißt, es wird zu schnell Hüfte, zu oft Knie. Ich habe mit dem Knie gesagt, nein, wir probieren das erst mal peu à peu, dann sehen wir weiter. Da der Arzt oder im Krankenhaus wird sich niemals entziehen. Also da sind wir uns dann doch einig, dass der Eid eine Sache ist, der wird einmal im Leben ausgesprochen, aber dann kommen lauter finanzielle Anreize. Und jetzt kommt was ganz Entscheidendes, dass wir jetzt wieder ein bisschen zurückgehen in der Zeit, denn die Professoren sagen, wir haben Hinweise, dass die ersten Vorläufer der Ärzte, Schamanen, schon 170.000 Jahre Geschichte haben könnten. 170.000 Jahre, vielleicht die ersten Schamanen der Evolution. Und dass da eben quasi sich Folgendes passierte, wenn ich ein Irrtum im Kopf hatte, dass dieser und jener Kräutersud tatsächlich Gesundheit fördern würde, das ist ein Irrtum. Denn in Wirklichkeit hat dieser Kräutersud vielleicht bestimmte Symptome unterdrückt, aber nicht die Ursache behoben zum Beispiel. Dann ist es aber so, dass diese Überzeugung, diese irrige Überzeugung, dieser Irrtum ja zu Einnahmen führt, weil wenn ich den Kräutersud gebe, ist erstmal der Patient zufrieden, weil seine Schmerzen kurzfristig nachlassen. Da aber die Ursache nicht behoben ist, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass er mich nochmal braucht und mich wieder aufsucht. Und dann entstehen sozusagen Ketten an Irrtümern, die am Ende dazu führen, dass der heutige Arzt sagt, wenn Sie Krebs haben, das hat nichts mit Ihrer Ernährung zu tun, essen Sie einfach, was Ihnen schmeckt und kümmern Sie sich weder um Sport noch um Bewegen. Dabei wissen wir heute, dass manche Krebstumore, Brustkrebstumere sehr gut ansprechen auf Joggen, weil dann die Durchblutung im Brustgewebe stark verstärkt wird und dann das Immunsystem eine stärkere Angriffsfläche hat. Und dann zum Beispiel, aber das würde Ihnen ein Arzt niemals sagen, weil er gelernt hat, alle seine Irrtümer gelernt hat, die zuverlässig Geld bringen und Medikamentenverschreibungen zur Folge haben. Aber weil er eben den Eid gar nicht einhalten kann, er will ihn bewusst einhalten. Jeder Arzt will den Eid einhalten. Aber er entwickelt, in der Evolution haben sich 170.000 Jahre Gedankensysteme gebildet, die einen Kompromiss aus Helfen und Gewinn machen. Ja, also so eine Art finanziell, den Arzt haben wir auch überleben lassen. Denn er braucht ja möglichst Dauerkunden. Ein Arzt braucht möglichst viele chronisch Kranke. Leuchtet das ein, dass das also das Grundproblem des Ganzen ist? Ja, für mich sind es aber auch viel die wissenschaftlichen Irrtümer. Wenn ich da jetzt mal auf Ihre... Vollkommen richtig. Wir sprechen 90 Prozent der Wissenschaft sind... Ja, ganz genau. Oder auch voller Irrtüme. Man liegt in der Untersuchung... Gekauft durch Industrie... Oder Wirtschaftswirkung von Kaffee und nach zehn Jahren liegt man genau die Gegenteile... Weil vielleicht eine andere Industrie diesmal die Studien gekauft hat. Ja, genau. Es hängt davon ab, wer... Ja klar, der Auftraggeber ist, der versucht im Sinne sein, dass... Das Brot dich esst, das sieht ich... Ja, ja, ja. Das ist schwierig. Auf der anderen Seite... Also das ist ein Problem der Wissenschaft überhaupt. Und das ist wahrscheinlich für den Arzt genauso schwierig wie für uns. Er versucht nach gutem Gewissen und Gewissen darauf einzugehen. Ich denke, er wird auch weiter Fachzeitschriften lesen. Aber er weiß nicht, mit welchen Irrtümern er aus der Wissenschaft gefüttert worden ist. Ganz genau. Das ist nur menschlich. Der ist ja auch nur Mensch letztendlich, der Arzt. Auf der anderen Seite bedeutet es auch immer, und das liest man jetzt in der Auseinandersetzung mit der Homöopathie, alles, was nicht wissenschaftlich bewiesen ist, streng wissenschaftlich bewiesen ist, nützt dem Menschen nichts. Und viele Menschen haben eben andere Erfahrungen gemacht, aber die haben dann Probleme mit diesen angeblich doch verträglicheren Mitteln. Können Sie übrigens den Unterschied zwischen echten Wissenschaftlern und Pseudowissenschaftlern vielleicht nachvollziehen, dass wir nämlich diese Professoren sagen, hoppla, es spricht ganz vieles dafür, dass Menschen, die Homöopathie nehmen, eine positivere Gesundheitsentwicklung nehmen als die, die aggressive Chemotherapeutika bekommen und die dann schwer unter den Nebenwirkungen leiden und so weiter. Und dass wir deswegen eigentlich, auch wenn tatsächlich die Homöopathie nur ein Placebo ist, an das die Leute glauben, aber dann ist es trotzdem positiv, während der Mediziner, der Geld machen will, der sagt nur, es ist nicht bewiesen, also weg damit. Und so ist der Unterschied zwischen echten Wissenschaftlern, die differenzieren, die gucken, dass Homöopathie im Wesentlichen aus dem Weglassen von Noxen besteht, also von schädlichen Substanzen. Und gerade darin, dass sie quasi die Selbstheilungskräfte nicht stört, darin liegt die Stärke der Homöopathie. Das kann aber nur ein echter Wissenschaftler erkennen und nicht jemand, der Geld machen will. Ja, das ist richtig. Das ist richtig, aber es hängt auch an jedem selber, etwas für sich zu tun. Und nicht nur, mir hat mal ein Orthopäde gesagt, bin am Knie operiert worden und sagte, OP war gut, den Rest musst du machen. Ja, also daran arbeiten. Genau, aber ich darf nur eins noch dazu sagen, denken Sie wirklich an die ganz einfachen Bürger. Wenn die die Werbung bekommen, um die Ohren gehauen bekommen, dass Nutella aus den Kindern Hochleistungsfußballer macht, dann stopfen die ihre Kinder voll und aus denen wird kein Hochleistungsfußballer, sondern weil sie manipuliert worden sind, wird aus denen ein übergewichtiges, diabeteskrankes Kind, das nie ein Fußballer wird und so weiter. Also das heißt also, der Mensch kann, also die Möglichkeiten, wissen Sie, wir sind alle in dem Luxus, wir sind denkende Menschen, wir können uns auch selbst, selbst mit beschäftigen. Aber für die große Gesellschaft, für die Masse der Leute, denen müssen wir Rahmenbedingungen schaffen, in denen eben sie nicht belogen werden. Also das heißt, in denen das aufhört, die Menschen zu manipulieren zu dem Nutella. Ja, gerade bei den Lebensmitteln, da muss viel geschehen, denn doch, ich werde betrogen. Wie viel Salz, wie viel Zucker, ist ja gesund und Joghurt, das muss, hier muss eigentlich, muss aufhören, das geht nur durch ein Lebensmittelgesetz, dass diese Zusatzstoffe generell verboten sind. Oder eben, oder die Professoren wollen jetzt halt nicht den Weg des Verbots gehen, sondern die sagen, der Rewe-Händler, bei dem ich ab und zu einkaufe, neben dem Alnatura und so weiter. Der Rewe-Händler kriegt einen Gewinnzuschlag aus der Krankenkasse, aus den Krankenkassen, die sich errechnet, aus den Kunden, die da einkaufen haben, die sind ja alle versichert. Stellen Sie sich vor, ich gehe mit meiner Krankenversicherungseinkaufskarte und ich will auch, dass das gemessen wird, weil ich damit dem zustimme und zahle mit dieser Krankenversicherungseinkaufskarte, dann lässt sich statistisch auswerten, was der Rewe, was er mir nahegebracht hat, wozu mich der Markt als Anreizsituation, wir wollen, dass der Markt dann vielleicht in so ein Gemüse- und Obstmarkt umgewandelt wird, wo die Leute sich setzen können, kosten können und so weiter. Also der Händler verführt uns zu gesünderer Ernährung. Und wenn er das erfolgreich macht und unsere Gesundheitsdaten tatsächlich besser werden, gibt es so einen Gewinnzuschlag von den Krankenkassen, dass er sagt, also wenn ich richtig Geld verdienen will, muss ich meinen Markt in einen Gesundheitsverführungsmarkt umwandeln. In anderen Worten wird natürlich Rewe dann auch manipuliert. Da wird alles manipuliert, ob ich da oder da beeinflusse. Diese Belohnungen, Anreize sind natürlich auch eine Form der Beeinflussung. Aber viel schlimmer ist es doch, wenn ich mir die Produkte angucke. Selbst die, die wissen das gar nicht, das ist alles so kleingeschrieben. Dann ist da Plastilin, dann ist da das drin. Ich weiß das ja alles gar nicht. Der Rewe kann doch dann auch sagen, bestimmte Produkte, in denen massenhaft Zucker drin ist, lasse ich in Zukunft dann nicht mehr in meinen Laden rein. Wenn ich entschädigt bin durch diese Gewinnzuschläge aus der Krankenversicherung, wenn die größer sind als mein Profit vorher mit dieser Zuckerware, dann nehme ich die einfach aus meinem Sortiment. Kann ich doch machen. Ich habe doch als Händler die Macht. Ja, die haben die ja schon, beginnen ja schon. Es sind ja schon Produkte auf dem Markt, weniger Zucker steht ja drin. Ist das nicht nur Alibi? Ich glaube zum großen Teil ja. Ich kann ja fettarme Margarine, Butter... Hat sich ja als großer Betrug rausgeschaut. Weil dann nur mit Wasser, teures Wasser gibt es nirgendwo als... Die Leute essen von dem Fett mal doppelt so viel, dann haben sie wieder mehr Fett im Körper und mehr Zucker. Vor allem mehr Zucker, weil der Zucker wurde, mit dem Fett wurde dann mit Zucker ersetzt und dadurch wurden die Leute doch schneller kränker. Also ich komme jetzt, weil ich will ja zum Schluss auch kommen. Dieser Grundgedanke, unser gesamtes Wirtschaftssystem auszurichten an meinen Wohlfühlnoten und meinen Gesundheitsdaten, sodass dann Wirtschaft nur noch Gewinne machen kann, wenn sie messbar Gesundheit und Lebensqualität der Bevölkerung und der einzelnen Kunden verbessert haben, bewiesenermaßen, finden Sie den Gedanken eher gut oder eher schlecht? Ja, das ist... Nee, schwierig gar nicht. Ich meine, was soll man da anders als grundsätzlich Ja sagen? Nur die Umsetzung, ne? Ich meine, wie die Geschichte der Menschheit schon gezeigt hat, es gibt nicht das absolute Paradies, das werden wir nie erreichen. Politik und... Wir sprechen ganz bewusst nur von Fastparadies. Immer Kompromisse. Und ich bin für keinen revolutionären Umsturz. Dass die Tendenz in diese Richtung geht, ist vollkommen klar. Wäre wünschenswert. Wir haben 70 Jahre auf dem Buckel. Um es abzukürzen... Wir sind schon etwas skeptisch. Um es abzukürzen, gehe ich jetzt mal vom Endergebnis raus. Wissen Sie, was wir uns wünschen, was die Professoren sich wünschen? Dass hier jetzt gerade eine Pressekonferenz wäre, hier ist Stände Greta Thunberg, da vielleicht Frau Merkel und dann diese ganzen Massen an Journalisten, die so in den USA gerade um Greta Thunberg rumtüren, die wären alle hier. Und Greta würde nur einen Satz sagen. Ich verstehe es nicht so ganz. I don't understand it totally. Oder ich verstehe es nicht so ganz. Aber ich habe so den Eindruck, es könnte sein, dass dieses Angebot 900 Milliarden für das Klima und Kohle Stopp 26, dass diese Umgestaltung der Gesellschaft durch das dritte Gesellschaftssystem, dieser sanfte Wandel unserer Gesellschaft, dass der vielleicht uns allen das bringen könnte, was wir uns wünschen. Und wir sollten einfach mal weltweit in jeder Talkshow kontrovers darüber diskutieren, ob sich eine Mehrheit herausbildet, dass vielleicht dieses dritte System, der zweiten Scientists for Future, vielleicht als Lösungsweg gesehen wird. Und da könnte ich mir vorstellen, dass wirklich sehr schnell etwas geschieht. Denn das ist das Ganze. Greta hat den ganzen Diskussionsprozess unendlich beschleunigt. Das ist richtig. Aber ich komme wieder darauf zurück. Viele Leute sagen, wir müssen was für einen Umweltschutz tun. Dann sind sie zu Hause, dann werden die Kinder im SUV eingeladen, zum Kindergarten gefahren, zum Fußball gefahren, dahin gefahren. Ich erlebe es selber, wenn ich Samstag, Sonntags Brötchen hole mit dem Fahrrad, da sind Leute, die kommen im Auto, die haben nur fünf Minuten zu Fuß. Da fängt es ja mit an, alle möchten Klimaschutz, aber wenige halten sich dran. Da kommen wir vielleicht zu dem Extrathema Konsumsucht. Also zum Beispiel, viele Menschen wollen Klima schützen, sind aber in ihrem Alltag so frustriert, dass sie sagen, ich reise jetzt billig nach Mallorca mit dem Flieger und knall mir die Hucke mit Alkohol zu. Und das empfinden die tatsächlich so als ein Abschalten von diesem frustrierenden Leben hier. Denen muss man dann Flugscham beibringen. Ja, aber es geht auch anders. Es geht vielleicht ohne Flugscham. Nämlich die stellen sich vor, in diesen liebevollen, ärztlichen Health Clubs finden die Menschen wieder zueinander, finden Liebespartner, es finden sich vielleicht sogar mehr Generationen Wohngemeinschaftspartner, die zusammenziehen wollen und so weiter. Und es entsteht so ein Sozialleben und die Menschen sind dann eben nicht mehr so frustriert, so vereinsamt und so frustriert, wie viele Menschen ja in unserer Gesellschaft sind. Dann würde es ja quasi darauf hinauslaufen, dass sie dann eben diese Reise nach Mallorca nicht mehr brauchen, um ihr seelisches Gleichgewicht zu finden. Und das heißt also Konsumsucht reduzieren durch eine gesündere Gesellschaftsordnung. Das heißt auch dieses Hängen an bestimmten, an Zigaretten. Beispiel, ich könnte Ihnen jetzt die Zigarette verbieten, da würden Sie vielleicht stinksauer werden. Sie rauchen ja nicht. Aber, ja, also ich schließe ab mit der Frage, da wir jetzt langsam, glaube ich, geht es jetzt los? Schlussfrage, war es für Sie interessant, mal über das dritte System der zweiten Scientist for Future nachzudenken und halten Sie es für sinnvoll, dass darüber überall kontrovers diskutiert wird oder wie sehen Sie das? Ja, das auf jeden Fall. Also Diskussion ist auf jeden Fall förderlich, auch seinen eigenen Horizont zu erweitern, seine eigene Argumentation auch zu überprüfen. Ja, und sich daran auszurichten oder die nächsten Schritte dann zu überlegen, wie wäre das umsetzbar. Genau, wie wäre es umsetzbar und es dann auch auf den Weg bringen. Hundertprozentig, ich muss klein anfangen, aber das wächst sich dann immer weiter heraus. Aber das ist doch eine gute Nachricht abschließend, dass wir damit vielleicht eine Chance haben, die zwar kompliziert ist, weil wir haben jetzt lange darüber gesprochen, aber die vielleicht doch die Chance ist, dass wir wirklich ein besseres Gesellschaftssystem bekommen könnten. Das ist doch was. Das ist auf jeden Fall immer positiv, wenn man darauf hinarbeitet. Das ist richtig. Ich meine, das wäre ganz toll, dass man mit allen sprechen kann. Im Moment hat man bei dem Thema eine breite Basis und da sehe ich eben die Chance da dran, vielleicht doch mal etwas zu bewegen. 30, 40 Jahre lang ist ja in Deutschland nicht passiert. Nichts passiert. Jetzt hätten wir die Chance mit Greta und mit dem Zufall, dass die Professoren gerade so weit waren, zeitgleich, hätten wir jetzt eine Riesenchance. Also ich hoffe, diskutieren Sie einfach darüber. Ich sage Ihnen gleich noch, wo Sie alles finden. Okay, danke Ihnen. Danke.